Wir können den Gruppenführer Fägelein nirgendwo finden. Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden. Wir können den Gruppenführer Fägelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden. Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden. Ist aussichtslos, aber sozusagen beschissen. Ich will Fägelein sehen. Zerfacht!